Frigadellchen! Nicht so gut, ey. Was wäre Herr der Ringe? Was im Abklatsch? So, ja. Ich dachte, das wäre das Original. Klatsch der Ringe. Ah, du Schlampe! Was? Er hat mich geschossen! Das war unrealistisch. Oh, Peter! Oh, God. Oh, God! Ah, oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! ... Okay. Ui, hat es gerumpelt mal an. Von Dominik. Ah, es was. Ah, Manni. So, für alle, die noch nicht gefordert haben, mein Follower-Button funktioniert, ist aktiv und scharf geschaltet. Da seid, bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ich wieder online gehe. Bei mir wird gestreamt zurzeit ARMA 3. Jetzt mal wieder Project Cars, 19 ETS und alles andere, was Spaß macht natürlich. Ja, bei ARMA 3 wird es eher schlecht. Mit dem Radfahren nicht so gut, das Ding. Du, mit dem Radfahren, du kannst ja zugucken. Nee, lass mal. Ach komm. Warzeuge früher noch geschafft. Ah, ah. Dachte ich mir fast. Doch, wir sind an so einer Mission gescheitert da, ja. Was ihr euch für nicht vollgenommen habt, falls ihr mit Fahrrädern vorgefahren seid, oder wie? Nee, nee. Ihr Männer war vorgeheirat. Ich meine, bloß drei Mann da oben. Problem war aber, um heranzukommen, hätten wir dann nachherin doch von der anderen Seite ran müssen. Von hinten durch den Wald durch. Aber so auf der freien Fläche haben sie doch eher gesehen, da ja noch. Haben sie erst Andi weggeschossen, dann nachher mich dann. So, die schießen auf mich. Ich weine. Hilf mir, Papi. Geht zu spät. Nee, nee. Beispiel. Kleidensalieren. Das würde mal ein deutliches Zeichen setzen. Ich mache sie für nur noch. Gut. Gut. Jetzt will ich schon wieder aus Spiele. Wieder da. BW. BW. Hm. Warum komme ich mir hier nicht weiter? Warum habe ich mir jetzt hier das Sitzungsangebnis grau? Ja, raus und wieder rein. Hab ich mir auch gehabt, genau das selbe. Das ist Project Cars. Ja. Toll. Loot, loot. Oh, wer hat gelootet, Diablo? Dein Loot tut gut, genau. Danke für den Loot. Mit Batman. Nee, Fanny findet sich. Warte hier. Bitte, bitte. Ui, das war das Kumpel. Ui, das war das Kumpel. Ja. Das war das. Ja. Ja. iscalапfeld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Vielen Dank. Hm, schöne Zeit, Bulli. Wo bist du denn schon wieder gefahren? Nur eine 46.6. Warum frage ich auch? Nur 48.0 mit der Corvette, du hast doch schon mal eine 46 mit der Corvette. Vielleicht wie vergessen. An dem Tag bin ich einen hellen Tod, die Sturm. Ja, ich meine, aber es sind viele Flüchtigkeitsfehler. Eine Schikane kriege ich gut und die nächste verhau ich total wieder. Ja. Passt schon. Wo kannst du jetzt eine 50.6 mit dem Porsche? Falsches Auto ausgewählt. Eigentlich das Richtige. Wenn ich sehe, wird die Profis hier fahren mit den Dinger oder die, die ständig fahren. Die fahren ja 1, 42er Zeit mit der Porsche. Kriegst du mit keinem anderen hin. Ist da aber auch tagelang dabei, Setup dafür einzustellen. Ja, die haben auch die Fahrhilfen aus und die haben das perfekte Setup. Das Setup ist ja entscheidend. Muss zu dir passen, brauchst du die Einlenkpunkte. Wenn du verpasst, hast du verloren. Bei engen Kurven, wie bei der Schikane nach Startziel, da kommt doch nicht aus dem Knick. Da verliere ich Zeit. Ja, das liegt an den Fahrhilfen. Ich habe aber nur die Erlaubung an, nicht, dass sie... Ja, ja, das ist ja richtig. Das wird sie aber alle drin haben, standardmäßig. Ja, das ist ja richtig. Ich bin ein paar Tausend sind schneller, als poliert es. Gebt es euch aber, bitte. Ja, das ist ja richtig. Ey. Ah, zu spät eingelenkt. Ich kann tun, was ich will, aber unter die 1,51 komme ich einfach nicht. Das ist egal, welches Auto, welches Setup, das ist 1,51 so. Vielen Dank.